Die Landespolizei präsentierte am Dienstag ein neues Alarmierungssystem, genannt Mobicall. 24 Jahre lang war das bisherige System im Einsatz. Mit Mobicall befindet sich Liechtenstein nun technisch wie auch operativ am Puls der Zeit. Mit dem neuen System kann die Landesnotruf- und Einsatzzentrale der Landespolizei ganze Gruppen oder einzelne Personen über ein Ereignis in Kenntnis setzen. Das neue System hat natürlich jetzt einfach schon vom Stand aus gewisse Sachen, die besser sind. Nicht nur von den technischen Möglichkeiten, sondern ganz einfach zum Beispiel ein Konferenzgespräch. Dass es immer wieder geht, dass einfach zum Beispiel Telefonbeantworter reingeredet haben. Und dann kannst du kein Konferenzgespräch machen. Und mit einfachen Mitteln, dass man bei dem jetzt neuen System, zum Beispiel wenn man die Tasten bestätigen muss, daran teilnehmen muss, hat man schon ganz einfach eigentlich die Gesprächsaufzeichen, also die Anlagen rausgenommen. Und man kann wirklich ein Kadergespräch so ungestört durchführen. Und das ist immens solche Vorteile. Das neue System ist ab sofort im Einsatz. Parallel läuft das alte System sicherheitshalber noch mit. Mobicall erfüllt alle Aufgaben des bisherigen Alarmierungssystems, ist jedoch flexibler und lässt praxisbezogene Weiterentwicklungen zu. So ist jede Organisation nun selbst für die Pflege ihrer Kontakte zuständig. Sehr hauptsächlich oder ein grosser Teil ist natürlich bei der Feuerwehr. Also 118 brennt irgendwo ein Haus zu blanken, dann muss ich die Feuerwehr von blanken verständigen. Das ist der Anfall natürlich, wo ist natürlich. Aber es ist auch natürlich bei der Polizei möglich oder auch bei der Bergrätigung. Wenn zum Beispiel halt eine Lawine nachkommt, dann ist der Lawinendienst, sind die NS-K-Pro-Sie, eine Wasserrätigung. Also alle unsere Rätigungsorganisationen sind natürlich da drin, wo wir sehr froh sind, dass wir sie so zusammengefasst haben, dass wir sie so schnell verständigen können und alarmieren können.